ja ich sehe schon Tobi nachher die ganze Zeit wenn das Addon rauskommt nur mit dem Harten rumlaufen mit dem Harten? Ja du willst doch nur einen Ständer haben, weil du andere nur noch mit Ashpaker spielen wirst ach so, ja auf jeden Fall, Tobi nicht, denn er schafft das Ehresystem nicht ich habe ihn verhindert überhaupt nicht. Irgendwie nicht, aber egal weil es dort mehr keine Waffen mehr mit dem Neu-Ellon ich glaube eh nicht, dass ich jetzt aktiv spielen werde, es ist genau wie dieses Addon, nur so ein bisschen rumgepümmelt dann hast du das letzte einmal aktiv gespielt, Litch King ja, und? ich sage nur aber mich reizt das irgendwie schon, weil auch im Jahr wahrscheinlich wieder ein vernünftiges Ehresystem eingefügt wird hoffentlich reizen tut es mich auch, nur habe ich halt einfach nicht die Zeit und auch ehrlich gesagt ein bisschen wenig Lust dazu weil, keine Ahnung, alleine ist das halt immer kacke Alex hat auch keine Zeit, wette ich mit dir vielleicht mit so wie die ersten zwei Wochen Raiden mit Silverhawks die Köln als Spaßspieler, nur keine Prozessspiele aber wie gesagt, als ich letztens mal mit dem bei Indies gegangen bin, die Idee sind ganz schön stark geworden in der Gegend wieso haben sie da ausgewechselt? die Mäder, aber zum Beispiel, nur weil es auch eben gab, die eigentlich gar nichts kann, weiß ich nicht, ich kenne da gar keinen Fall, ich war zwei, drei Mal mit euch los, wir sollten anderen und die ja nicht so zu sagen, fast mit der Mischung nutzen aber, da mehr darfst du dann ich verstehl dich akustisch nicht, kann einfach nur sagen wie es Alter Gideil, die ist entscheidend vier Leute Fantastic, das ist richtig einige Wür�se ich will schon ein bisschen schon den Skillbaum zu 4&2 zeiten zurück, weil keine ahnung da konntest du dich noch individuell gestalten mittlerweile hat ja jeder ist eigentlich auch nicht weil sie auch nur ein krieg dafür ja ich habe zum beispiel die ganz andere skillung als nachher die top ends gelungen war trotzdem eigentlich fand ich meine sogar besser er hat sich zu bt gab viele viele möglichkeiten ja aber da haben verbeten hat kein schaden gemacht oder das war leider keine heilung doch recht kann er nicht gar nicht er getränkt naja tipp aber der beste Tänke im Montag der 6 also denkt er Paller hier war der beste Tänke Heiler ja und die zurzeit auch wieder also bc von sich hier aber leider war ja auch nicht extrem gut und enttägt auch da für guten Beweiser Stoß 10 Sekunden cool er gut das hat DPS der ersten Fall auch kackt in der Niemannmarkt Gretchen ich hab's bei gern Gretchen gespielt es wird HLK und dann war vorbei warum er dazu gab ein bisschen anspruchsvoller wurde ne weil einfach kein Schaden mehr gemacht hat ausgab zu Kater gute Reden aber er hat sich nicht mehr viel Schaden gemacht er konnte auf jeden Fall mitteilten mit allen anderen aber nachher hier hat es bestimmt jeder andere auch aber für TK brauchte ich kein Gier am schlimmsten war der Pre-Patch zu Lich King B.O. da war der Rede so ach so was gar nicht wahr war voll ausgeglichen Joa voll ausgeglichen Jolo wenn du darauf ein Video wenn du abbrechen halt mal die Fresse wir sind hier macht euch das schon gesagt aber Tobi wusstest du das der Hunter an Mili Tree kriegt echt Lässe Weibler und da wird Mili warum was hat das denn noch mit Hunter zu tun kannst du gleich Schurken oder keine Ahnung Krieger spielen äh wir sollen also mit sowas wäre ich nicht verglichen wer mit Hunter Loll doch ein weiterer getan so meinetwegen auch mit Monks Windlauf Windläufer wie die sich nennen genau dasselbe Prozent und wenn man sind ja auch ja auch Mili doch haben ob oder so sein gut hast du eigentlich irgendwann mal Aspekt des Rudels Alex ja nicht ja nicht weiß ich nicht aber wenn man schön wenn du mal ein bisschen an die Gruppe denkst da hat man ja noch nichts aber weiß vielleicht kriege ich mit 56 natürlich ja noch das ist ja auch voll spät ey da heute noch drin das behindert wir machen noch zehn Minuten dann habe ich anderthalb Stunden voll das ist gut oh dann lass doch eine Indie gehen wenn wir die Quest fertig haben zehn Minuten wenn wir über Mann reinkommen ja wenn wir alles abkürzen wieder da habe ich keine Lust zu nein der Punkt wo er den kleinen Mops n n n Aurora Hose wollte sie aber Aurora was kann ich für euch tun was kann ich für euch tun wir sind wieder welche ja auch n n n n n n n n gez davon wurden ach auch das volkwasser abgeben da haus machen so begriff benutzen wir nicht das wort heißt schwanz lutscher mit Schatzkopf 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 kennt mich in der Elba Arsch Kali und Tricks Kette 2 Euro nicht in meinem Leben nicht oder eine Kette finden aus dem Sasseliger oder was gibt es hier diese zwei Waffe Schuhen und die dringend auch in die Welt hier da gut der verlassenen ist der verlassenen aber nicht die musikten auch auf auf dem Maschinen Treffer Euro das hat ihr den Spielen mal herren Reiter die Boni das ist für oben eine kleine Tosse töten da hat er für sich Voraussetzungen für die Kassel ich muss Bruder gegen Bruder und wir müssen hier weg das ist doch völlig geschaut was wird 20 von den Gästen töten das ist abgebrochen statt abzugeben klingt aber fast danach wie dir Andor wollen wir erstmal abgeben gehen Alex müssen wir nicht erstmal auf Matze warten wir können auf Matze warten können wir ein bisschen was essen haben abelden auch ja auch 40 KG nicht so sieht hier nicht verdient bitte echt bist du Biestmaster Tatsache ja schon warum kriegst du so viel ist so nach dem Aufnehmen Sport noch machen oder gar nichts eigentlich Arenas Cap du kannst ja gerne irgendwie mit Party und was machen wenn du Bock hast ich werde wohl ich weiß noch nicht entweder wenn ich das alles schneiden und rendern oder ich stelle mein Handy weiter ein Apropos Tobi ich habe mir hier Pirate Rareware 3 geholt von One Piece kann das was das ist sowas wie Hyrule Rareware ich glaube das hast du mir schon mal erzählt kann sein aber ich finde es eigentlich ganz geil das macht ihn nicht mit aus der Anni für die Plädiegel oder für den PC er klappt wenn du dir was für die Plädiegel, Alter naja PS3 Controller angeschließend und fertig angeschließend angeschließend ja habt ihr gerade keinen Ring oder woher rausgekommen von den Mutieren also ich habe ein Ring, ja aber ich habe einen Ring gekriegt aber ich bin ich frage mich echt was, wenn ich finde eine Waffe mit dem neuen Adam kriegen kriegt man eine spezifische Waffe ja, voll viel Leben, Alter dieser 40 Elite, du Vogel äh, ein paar, das haben wir den Air Springer und auch so eine komische Pike habe ihn getatscht, jo ich hätte lieber das Gewehr vom Wolf weil er hier aus, ähm äh, Karazan weiß doch ja, dieses Riesengewehr, das ist cool hab ich auch als Mocki bei meinem Hunter ja, warte mal so, was ist hier? nee, die andere Hallen äh, deshalb das Gewehr ändert halt hart aus Final Fantasy VIII an Irvine sein Gewehr, jetzt voll geil also ich fliege da jetzt hin schönen guten Tag Zugwindlager, ne? schönen Tag auf wie ein Silber Schlauf na, lauf du mal warte doch nicht wie viel Gold ist ich nachher aber auch anstauber ich habe mittlerweile 80.000 Gold, ey ja, alle kriegt die irgendwie nicht hin zu kriegen echt nicht? wieso, ich hab fast auf Mk, ich hab 10k ja Dieter sie rief so viel Scheiß… und ich hab nix davon gebrauchen echt jetzt ich hab, ich hab die ich hab die Stoffbrust gekriegt was kann ich das tun was kann ich für euch tun was kann ich für euch tun was kann ich für euch tun jetzt ab zum Test ich würde sagen das war es erstmal wieder dann so danach aufstellen hab ich den Züge ritten warte ich musste erst mal anlesen habe ich habe ich hatte so wenn ich aber so hin so ist besser geht das was funktioniert das war gar nicht gemacht so ein ärger brauchen wir es eigentlich auch gar nicht machen ja wollte doch was abschließendes sagen vielleicht auch etwas keine ahnung niveauvoll ist alex es kann nur einen geben und mit diesem wort verabschieden wir uns da mal und bis zum nächsten mal